Wo gehen denn gerade die ganzen Dollar bzw. Euro hin? Denn es gibt ja diesen Spruch, Geld ist nie weg, es hat nur jemand anders. Und jetzt sitzen alle da und sagen, hey, Aktie gehen runter, Anleihen gehen runter, Krypto geht runter, Edelmetalle gehen runter, wahrscheinlich würden auch Immobilien runtergehen, wenn die liquide sind, genau das sieht man ja bei Real Estate Investment Trusts, REITs, alles geht irgendwie runter. Wohin müsste ich denn jetzt gehen? Wohin fließen denn diese ganzen Dollar? Wohin fließen denn diese Euros? Und wenn man das natürlich wüsste oder wenn man das besser kalkulieren könnte, dann könnte man natürlich in diese Sachen investieren. Und man würde vielleicht unglaublich wohlhabend werden, selbst in solchen Zeiten wie in den letzten drei bis sechs Monaten, wo einfach extrem viel runtergegangen ist. Diese Frage stimmt auch in den meisten Fällen. In den meisten Fällen kann man sich wirklich überlegen und sagen, wohin fließt denn das Geld? Und dort, wohin das Geld fließt, dort sollte man sich reinpositionieren. Es ist aber in diesem Fall nicht ganz so einfach. Und der Grund, warum es nicht ganz so einfach ist, ist, weil man sich zuerst überlegen muss, warum ist denn über die letzten zwei Jahre, warum hat man diesen Anschein gehabt, dass man plötzlich diesen Wohlstand erreicht hat, sowohl bei Aktien, als auch bei Kryptos und bei Immobilien und so weiter. Und ich glaube, das ist ja bei vielen Leuten, die sitzen da und denken sich, boah, vor drei bis sechs Monaten hatte ich, keine Ahnung, so viel Kaufkraft. Und jetzt irgendwie, über die letzten paar Wochen, Monate, verschwindet irgendwie meine gesamte Kaufkraft. Wie ist denn das möglich? Oder was muss ich denn anders machen? Lass uns das anhand von einem ganz simplen Beispiel machen. Stell dir vor, du hast fünf Häuser. Und das ist das Einzige, was existiert. Das ist eine Insel mit fünf Häusern. Und jedes dieser Häuser wird von Leuten gekauft für 100.000 Euro. Das heißt, 5 mal 100.000 Euro. Diese gesamte Insel hat dann einen Wert, oder die Häuser auf dieser Insel haben dann einen Wert von im Gesamten eine halbe Million Euro, 500.000 Euro. Wichtig, wir gehen jetzt davon aus, dass diese Häuser fungibel sind. Das bedeutet, dass jedes Haus gleich ist. Es gibt kein Haus, das besser ist, sondern theoretisch ist alles dieser Häuser komplett gleich. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist einfacher zum Vorstellen. Also 500.000. Jeder hat 100.000 Euro investiert. Stell dir vor, es kommt jemand und der ist ganz, ganz, ganz reich und der sagt, weißt du was, dieses eine Haus, ich will das kaufen, ich kaufe das jetzt für 200.000 Euro. Gut, jetzt wird dieses eine Haus für 200.000 Euro gekauft. Wenn du es jetzt hochrechnest, dann sagst du, okay, es wurden 100.000 Euro extra in das System reingebracht. Also nicht mehr 500.000, sondern 600.000. Aber, und so funktioniert der Markt, plötzlich bewertet man die gesamte Insel, so funktioniert Marktkapitalisierung nämlich, bewertet man die gesamte Insel, alle fünf Häuser mit dem neuen Preis. Egal, ob die so getradet wurden oder nicht, sondern es wird tatsächlich die 200.000 Euro auf jedes Haus umgelegt. Genauso funktioniert es bei Kryptowährungen, bei Aktien, bei Rohstoffen, bei Edelmetallen. Es ist egal, wie viel ein Bitcoin tatsächlich gehandelt wird. Wenn ein Bitcoin für einen Preis gehandelt wird, tut man so, als wenn alle Bitcoins zu diesem Preis gehandelt werden. Und das ist natürlich immer ein bisschen ein verzerrtes Bild, weil jetzt ist plötzlich die ganze Insel nicht 500.000 Euro wert, auch nicht 600.000, was tatsächlich der Preis wäre, der für alles bezahlt wurde. Das nennt man ein realisiertes Marketcap, sondern es geht um das unrealisierte Marketcap. In dem Fall würde jeder sagen, oh, es ist plötzlich eine Million Euro. Und wenn du jetzt da sitzt als Immobilienbesitzer und denkst, boah, geile, über die letzten Tage ist jetzt meine Immobilie um 100% nach oben geschossen. Krass, boah, ich bin so richtig reich. Und genau so hat sich das für viele Leute wahrscheinlich über eineinhalb Jahre angefühlt, dass man hergegangen ist und gesagt hat, wow, meine Kryptos sind so weit rauf, meine Aktien sind so weit rauf, meine Edelmetalle, Rohstoffe und so weiter und so fort. Das große Problem ist jetzt aber, wenn dann eine Partei anfängt, die Immobilie wieder zu verkaufen und dann hergegangen sagt, weißt du was, ich versuche es jetzt mal um 200.000 zu verkaufen, plötzlich findet man keinen anderen Käufer für 200.000. Sagt man, weißt du was, ich probiere jetzt mal die 150.000, findet man auch nicht. Jetzt plötzlich findet man vielleicht jemanden für 100.000. Und jetzt findet man tatsächlich jemanden für 100.000. In dem Moment rasseln alle Immobilien wieder von 200.000 ab 100.000 runter, auch wenn die davor nie für 200.000 getradet haben. Und jeder hat diese scheinbare Veränderung von Vermögen, wo man hergeht und sagt, boah, davor war aber die ganze Insel eine Million Euro wert und jetzt ist sie nun mal wieder 500.000 Euro wert. Und jeder, der zuerst an Kaufkraft scheinbar gewonnen hat, hat jetzt das Gefühl, dass er an Kaufkraft wieder scheinbar verliert. Und das ist die riesengroße Gefahr über diese letzten zwei Jahre. Diese riesengroße Gefahr ist, dass die Leute da sitzen und das Gefühl haben, sie hatten vor sechs Monaten diese massive Kaufkraft. Und natürlich, wenn du diese Kaufkraft tatsächlich realisiert hättest, das heißt, du hättest die in tatsächliche Güter des täglichen Bedarfs oder in deinen Bedarf hineingewechselt, es funktioniert ja teilweise nicht mal mit Dollar. Das ist ja auch wichtig. Also es ist ja teilweise sehr, sehr schwer, selbst wenn du in Dollar hineingehst, dass du diese Kaufkraft nicht verlierst. Sondern du hättest wirklich hergehen müssen und praktisch alle Sachen, die du brauchst, hättest du vorbezahlen müssen. Aber nicht schlimm. Okay, vielleicht ein Lackschaden, nicht viel passiert. Hättest du alle vorbezahlen müssen, das heißt, den ganzen Strom, die ganzen Essensgüter, alles hättest du vorausbezahlen müssen, um sozusagen diese Kaufkraft von vor sechs Monaten tatsächlich im System zu behalten. Denn selbst in Dollar, in Dollar hättest du wahrscheinlich am wenigsten Kaufkraft eingebüßt, aber selbst in Dollar hat man ja über das letzte Jahr circa acht bis zehn Prozent Kaufkraft eingebüßt. Das heißt, selbst da würde das nicht reichen. Und das ist das, wo sich die Leute so unglaublich schwer tun. Und wenn ich zum Beispiel Ende des Jahres gesagt habe, in den ganzen Videos, Leute, ich glaube, dass zum Beispiel 2022, wahrscheinlich auch 2023, wird es unglaublich schwer sein, Kaufkraft zu halten. Und über die letzten zwei Jahre, also 2020, 2021 war es praktisch, ganz, ganz, ganz einfach, seine Kaufkraft zu vervielfachen. Dann ist es in der Voraussicht gewesen, dass die Fed Geld rauszieht. Dieses Geld rausziehen ist zwar der Abfluss, aber dieser Abfluss ist nicht so schlimm, als wie diese ganze Entwertung der Vermögenswerte, die einfach nur zuerst falsch hochgerechnet waren und jetzt wieder runtergerechnet werden. Und aus dem Grund ist es viel realistischer, seine Kaufkraft nicht vor sechs Monaten zu heute zu vergleichen. Das ist nämlich ziemlich unfair. Sondern du musst es eigentlich von Pre-Covid zu jetzt vergleichen. Und hier musst du jetzt deine Kaufkraft vergleichen. Und da ist wahrscheinlich deine Kaufkraft raufgegangen, hoffentlich. Ansonsten hast du über die letzten zwei Jahre echt keine guten Investmententscheidungen getroffen. Also ich hoffe, dass deine Kaufkraft hier stark nach oben gegangen ist. Und Kaufkraft nochmal, hat natürlich nicht unbedingt was mit deinem Dollar oder mit deinem Euro-Wert zu tun, sondern es ist am Ende immer, wie viel bekommst du denn da dafür? Also das Kapital, was du jetzt hast, diese Kaufkraft, die du jetzt hast, kriegst du dafür mehr als vor Covid oder kriegst du dafür weniger als vor Covid? Und ich hoffe einfach mal, dass du mehr als vor Covid dafür bekommst. Das heißt, dass du dir leichter mit der Miete tust, dass du leichter mit dem Reisen tust, dass du dir leichter mit, keine Ahnung, deinem Auto und all diesen Dingen oder deinem Privat-Chat, falls du das willst, tust. Das ist ja eigentlich genau am Ende das, was zählt. Es zählt ja nicht, wie viele Dollar du hast oder wie viele Bitcoins du hast oder wie viele Goldmünzen du hast, sondern was wirklich zählt, ist, wie diese Dinge, die du hast, in Kaufkraft sich umrechnen lassen. Und das ist ja eines der absolut wichtigsten Konzepte, die du als, nicht nur als Investor, aber generell für deine Finanzen irgendwie verstehen solltest. Genau. Und wie positioniert man sich jetzt hier zurzeit? Und ich habe eh immer das gleich erklärt und ändert sich auch zurzeit nicht. Du brauchst drei Dinge zurzeit. Erstens, diversifizieren. Es ist einfach unmöglich, in solchen Zeiten Kaufkraft irgendwie zu schützen. Aus dem, weil es nicht geht. Du kommst aus dem System nicht raus. Du kannst natürlich sagen, ich gehe jetzt aber in Dollar. Das Problem ist, wenn du in Dollar reingehst, dann würdest du vielleicht kurzfristig, auf eine gewisse Zeit, deine Kaufkraft kurz schützen. Dann aber irgendwann kommen wieder Käufer, kaufen wieder zum Beispiel ein Haus auf dieser Insel und in dem Moment geht wieder die Kaufkraft von allen rauf, die die Häuser auf der Insel gekappt haben. Wenn du natürlich jetzt keine Häuser hast und Häuser in dem Fall bedeutet Aktien, Immobilien, Kryptos, Edelmetalle, Rohstoffe und so weiter, dann in dem Moment verlierst du wieder sofort. Und das Schwierige ist, sowas zu timen. Dieses Timen, das funktioniert nicht. Ich weiß schon, dass dir immer wieder irgendwelche Influencer, die selber noch nie erfolgreich investiert haben, irgendwelche Kurse, die nie erfolgreich investiert haben, versuchen dir immer zu erklären, dass du das timen kannst. Ich kenne keine einzige Person mit, keine Ahnung, mit 10 Millionen Euro mehr, die tatsächlich wissen, wie man sowas timen könnte. Oh, ich muss kurz wegziehen hier. Sorry. Ich weiß ja nicht genau, warum ich mich entschuldige. Du merkst ja die Beschneidigung nicht, aber ich muss ja kurz wegziehen, sonst wäre ich nicht in die linke Spur gekommen. Und lass dir das nicht einreden, dass du das timen kannst. Das ist nicht möglich. Und aus dem Grund musst du dich zurzeit breit diversifiziert aufstellen. Zurzeit ist nicht der Zeitpunkt, dass du fokussierte, klare All-In-Investments machst. Ist nicht der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt kommt wieder, der Zeitpunkt war. Und das musst du einfach verstehen. Es ist alles, das ist wie eine Welle. Oder wie die Tide. Du gehst nicht Wellen reiten, wenn das Riff blank liegt. Du musst dann Wellen reiten gehen, wenn das Riff nicht blank liegt. Und das ist immer wichtig zu verstehen. Das ist eine... Ansonsten verletzt du dich, oder? Und das merken ja alle Leute. Das Nächste. Du musst in den ganzen Vermögensklassen, und ich würde zurzeit in so viele Vermögensklassen drinnen sein, wie nur möglich. Und wenn du zurzeit glaubst, dass eine Vermögensklasse schlecht ist, dann solltest du dich fragen, wie hat sich das auf deine Kaufkraft zurzeit ausgewirkt. Wahrscheinlich nicht so gut. Und das würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen weiter überlegen hier. Und in den unterschiedlichen Vermögensklassen würde ich eher in die sicheren, unter Anführungszeichen, hineingehen. Also bei Aktien in die sicheren, bei den Kryptos in den sicheren, bei Fiat-Währungen in den sicheren. Und das kannst du dir auch anschauen. Ich meine, die sicherste Fiat-Währung ist immer noch der Dollar. Der Dollar hat unglaublich stark performt. Also von dem her auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Anleihen sicher, Immobilien sicher, Edelmetalle eher in Gold, Rohstoffe eher in die Blue-Chip-Rohstoffe und so weiter. Das ist das Zweite. Und der Dritte, wenn du die Kaufkraft nicht, wenn du die Kaufkraft vor allem durch das Repricing von den Vermögenswerten verlierst, dann muss es natürlich trotzdem eine Möglichkeit geben, wie du Kaufkraft dazu bekommst. Und das ist über Cashflow. Und es gibt Zeiten, wo Cashflow die Kaufkraft treibt und es gibt Zeiten, wo eher das Reinvestieren von Cashflow die Kaufkraft treibt. Also, dass du eigentlich Cashflow-negativ bist, weil du stetig alles reinvestierst und weil du stetig eher in die Zukunft den Cashflow holst. Und ich glaube, ich sage seit einem halben Jahr, gefühlt, Cashflow ist King, Cashflow ist King, Cashflow ist King, Cashflow ist King und das ist bei mir zur Zeit alles. Ich achte bei mir zur Zeit praktisch bei jedem Vermögenswert, egal ob Aktien, Krypto, Anleihen, Immobilien, dann habe ich fast keine, egal was ich mir sonst anschaue, Cashflow, 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 Cashflow. Der Grund ist, weil alles zur Zeit repriced wird und der Hauptweg, wie ich dann an Kaufkraft überhaupt noch dazu gewinnen kann, ist durch Cashflow. Und ich hoffe, das erklärt dir das ein bisschen, das erklärt dir, wohin das Kapital zur Zeit fließt. Bitte versuch nicht, den Boden hier zu fischen. Boden fischen ist unmöglich. Und ich werde auch gerne mal ein eigenes Video machen, wann ich wieder in Kryptos einsteige, falls dich das interessiert und was meine Gedankenpunkte dazu sind. Dann kannst du mir das gerne wissen lassen. Ansonsten, wenn du Fragen zu den Themas hast, generell Fragen hast oder wenn du Dinge spannend oder nicht so spannend findest oder vielleicht zu einem der Punkte, vielleicht mehr oder was brauchst, dann lass mich das wissen. Gerne Fragen reinschreiben, falls du Mehrwert aus dem bekommst, lass mich das auch gerne wissen. Und ansonsten, gib mir gerne einen Daumen hoch, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Julian. Tschüss.